...zellig. Ihre Gegner heute war mit zehn Minuten Michel Hattari. Es ist ein Juniorenkampf, erledigt das in 57 Kilogramm über 3 x 2 Minuten, der von Leverry ganz gern und lang geleitet wird. Ringfrei, Runde 1. ел gigabyte. Milledelig. Ein glück. Ein glück. Viel glück. Ein glück. � Atme. der cartoon. Vielen glück. Gut, Mischler, auf die Börse. Jawohl, schön, Michel. Schön, Michel, weiter. Jawohl, schön. Schön. Jawohl, Michel. Komm, Mischler, auf die Börse. Komm, Mischler, rein. Komm, Mischler, komm. Jawohl, Mischler, mach mal ein bisschen Druck. Mach mal ein bisschen Druck. Schlagen, Michel, schlagen, schlagen. Jawohl, schön. Schlag, schlag, schlag. Jawohl, sauber. Ich stelle Ihnen die Börse auf Rote Ecke vor. Es ist eine Büchnerin Selig, die 16-jährige Schülerin Stadelfilbox von Wadendorf. Sie beschimpfte sehr fünf Kämpfe und sie ist die fiese NRE-Meisterin. Und heute wird sie heute von Andreas Steinbach, Andreas von Ihnen und der Kulte der Sätze. Runde 3, Runde 2. Sar SQL OHONDA Jawohl, schön, Michel. Ja, sauber. Das war DECK. Jawohl, schön. Schöne, 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 Schöne! Jawohl! Jawohl! Komm! Drei! Jawohl! 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 Schön! Geh rein! Jawohl! 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 Schön, Michelle! Komm! Ich darf sie mit meinen Händen schlagen! Komm! Ich darf sie mit meinen Händen schlagen! Ich darf sie mit meinen Händen schlagen! Komm! Ja! Komm! Komm! Wir sind in der Boxstruktur und ein Dürmer in der blauen Ecke, Bocchetti Michel Hattari. Die 15-jährige Schülerin besteht aus der 16 Kämpfe. Sie ist die Abteilung Nordrhein-Westfalen-Meisterschaft in Berlin. Dieses Jahr beträgt auch der Deutschen Meisterschaft in Stavrocken den dritten Platz. Betreuung wird sie heute von Abigun Tammi, Espoir Mink und Frank Niaus. Nachher möchte ich, dass du Michel zum Ausgleich zum Sport er genießen. Und weiter! Und weiter! Und weiter! Einfach so! Wiem, wir sind uns nicht! Einfach so! Komm schon! Komm schon, komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Jawohl, schön. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.